hey leute und willkommen zu einer neuen runde kurske auf meinem kanal heute leider ohne thema am start da ich im moment einfach wirklich gar keine thema was ich so in kurske runden ansprechen soll deshalb würde es mich einfach mega freuen wenn ihr vielleicht ein zwei vorschläge machen könntet was ich so in der nächsten folge kurske ansprechen könnte kann zum beispiel auch ein gutes thema sein vielleicht das thema invis hacking zum beispiel weil über so sachen rede ich eigentlich ganz gerne und deshalb würde es mich einfach freuen wenn da wirklich ein paar vorschläge kommen von euch und ja ich probiere natürlich die runde so gut wie möglich zu gewinnen weil ich habe echt in letzter zeit irgendwie wurde ich irgendwie schlechte empfie oder so ich weiß es nicht oder ich bekomme einfach keine hits mehr kann natürlich auch daran liegen da in der 17 eigentlich alles perfekt läuft immer wenn ich auf gomma spiele irgendwie bekomme ich dann keine hits mehr jedenfalls tut mir auch leid dass jetzt wieder so lange keine videos kamen lag einfach daran dass ich wirklich keinen bock hatte und dass ich kein thema hatte sondern sind wir auch im dm mit zwei leuten der regt sich schon wieder auf dass ich ihn gerade besiege und ich denke mal der dürfte so gut wie bonnet sein und haben wir auch ich nehme jetzt auch wieder mit action auf also sollte die qualität ein bisschen besser sein weil wir ob es irgendwie irgendwie kommt mir vor es tut immer die bitrate verwerfen und deshalb nehme ich jetzt wieder mit action auf und deshalb würde ich sagen leute wir sehen uns gleich in der zweiten runde so willkommen in der zweiten runde auf dem map altmetall ich muss echt sagen die map finde ich eigentlich ganz geil aber da ziemlich viele möglichkeiten hat irgendwie so teams auszuschalten oder runter zu schmeißen deshalb mag ich die map eigentlich wirklich sehr gerne und der hatte eine hose für mich dankeschön ich weiß ich bin jetzt leider nicht allzu gut weil ich wirklich nicht eingespielt bin aber ich hatte schon auch ziemlich viele aufnahmen versuche wo ich hat ziemlich verkackt habe deshalb einfach nicht wundern warum ich wirklich schlecht bin ich bin einfach momentan nicht auf der 18 eingespielt und ja deshalb zeigt mich jetzt so ein typ dankeschön so leute da sind wir in der dritten runde ich wollte eigentlich nur zwei runden machen doch dann kommt dieser doofer indus hacker und deshalb hänge ich jetzt einfach noch eine dritte runde dran ich denke mal das stört es nicht allzu sehr da ist doch schon der erste den ich mehr holen will komm her da dann haben wir kommt gleich noch einer der mich komplett fickt aber ich kann ihn trotzdem holen ich weiß nicht leute im moment bin ich einfach nicht wirklich gut in kurs gehen muss ich auch ehrlich zugeben aber mal schauen kommen kommen wir oder ja haben wir auch da können wir eigentlich auch abstauern den kill und den da auch kommen so dem kommen wir hoffentlich auch noch dankeschön und da kommt noch einer direkt den wir auch noch haben und dann leute würde ich sagen was einfach mit den runden kurs gehe ich hoffe euch hat das video gefallen ich weiß es war jetzt nicht wirklich so unterhaltsam aber ich hoffe einfach mal trotzdem und deshalb will ich mich über ein like freuen und dann würde ich sagen leute schaut bis zum nächsten mal fort rein